Was war das denn jetzt, was war das denn, das muss ich mir jetzt anschauen, ich will das sehen, bitte zeig es noch, nein, er zeigt es nicht, hat er mich angeschossen, ich habe ja in die Kamera geblickt, auf einmal habe ich gesehen, der drückt, der drückt, der die drückt, der drückt, dass ich das dann in die Kamera rausgekommen habe. Unverfentlich. Headliner Workout. Was? 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 Klasse ist das, Junge Bob! Let's go! Oh, ich kranke, ich kann nicht mehr. Opa Ludel, Rock'n'Roll. Da darfst du einen Clip machen. Hä? Mach da mal einen Clip bitte, der war doch... oder hab ich gegen das Netz kam? Mach bitte einen Clip, das müssen wir angucken. Okay, Laura. Das ist Yusei im Ruf! Das ist Yusei! Oh mein Gott, Digga! Wuhu! Wuhu! Let's go, Digga! Oh nein! Nein! Shit! Okay, Digga, Van Dijk muss wieder komplett los. Es ist zu viel. Es ist zu viel, dieses Drecks Game. FIFA Deutschland. Komm, gönnen wir den 83 Plus. Jawohl, Digga, komm gönnen wir. Ja, oh mein Gott, das ist einer! Das ist einer! Precision! Z-O-M! Neymar! Ich hab Neymar gezogen! Oh mein Gott, Neymar! Bio 90er! Bio 90er! Neymar! Neymar Headliner! Neymar Headliner! Holy Shit! Ich kack ab! Ich kack komplett ab! Oh mein Gott! Neymar Headliner! Das kann nicht sein! Niemals! No way! No way! Das kann nicht sein! Nein, 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 nein! Leute, ich hab Neymar schon nochmal gezogen! Ich hab Messi in Form gezogen! Das ist ein fucking RTG-Account! Das kann nicht wahr sein! Jawohl! 2,1 2,1 Abseits? Das war nicht Abseits! Das war Abseits! Ist das dein Ernst? Hä? Der hat Foul-Gefiffen! Mein Stürmer hat irgendwen gefoult! Sein Ernst? Der hat mir das Tor zurückgefiffen, weil der Stürmer jemanden gefoult hat! Der zählt! Bruder! Deine Ehre wurde anders genommen! FIFA Deutschland! Einmal bitte klippen! Oh mein Gott! Bruder! Was? Guckt! Guckt! Dalgung! Das! Das! Die mate. Ich bin der! Meterkeller! Außer GEL will das nicht sein. Nach dem Patch, ja. Hä? Warum ich denn jetzt Abschluss? LOL. Das Spiel ist ja absolut froh. Schöner Pass. Bernardo. Kreuf. Der Ball muss rein. Oh, er geht rein. Ehehe. Was war das denn? Ey, das war ja das dickste EA-Tor. EU-West. Der Arme, Alter. Was geht, Leon? Guckt euch das an! Ehehe. Der Arme. Oh. Es ist lächerlich. Es ist fucking lächerlich. Es ist fucking lächerlich, Mann! Was ist hier los? Was ist hier eigentlich los? Nur Scheiße in allen untradeable Packs. Ein tradable Pack. Ich weiß nicht, war das... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Clip, clip. Clip die Scheiße. Boah, ich will das wirklich krass. Digga. Was verdachst du denn? Bitte ein Clip. Bitte ein Clip. Der hat den Ball nicht berührt und der war einfach stuck in der Luft. Ach du Scheiße. Sieht er das? Achtung, jetzt hinten auf seine linke Hacke, wie der Fuß durchgeht. Achtung. Jetzt. Junge. Ey, Olli, clip das mal bitte. Guck mal, der trifft den Ball gar nicht richtig. Und dann kommt er von seinem Ferdi wieder so. Das Tor zählt nicht. Klar. Mh, mh. Hala hat das nicht gemacht. Zählt nicht. Komm, du passst mir und du läufst direkt nach vorn. und ich mal direkt ein Dreieckspass, okay? Okay. Lauf, lauf. Ich renne. Nein. Oh mein Gott. Nein. Clip. Nein. So ein Clip. Nein. Boah, Junge. Egal, ich bin... Nein. 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 Ey, dieses Spiel. Dieses Spiel. Ja. Komm schon. Halt's Maul. Wer ist das? Oh mein Gott. Ach. Flick X. Zum Überspringen, was dahinter ist. Wenn dahinter noch was krasses ist. Oh mein Gott. Was, was da? Willa Allah. Wie ist das? Das war. Wie ist das? Oh mein Gott. Also war.